Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen herkömmlichen Fenstergriff, ihr könnt ihn hier sehen, gegen einen abschließbaren Fenstergriff austauschen kann. Der abschließbare Fenstergriff hat einige Vorteile. Zum einen der Einbruchschutz, also die Sicherheit. Das heißt, wenn ihr den Griff abschließt und den Schlüssel rauszieht, wird der Einbrecher nicht mehr das Fenster öffnen können. Es bringt also auch nichts, die Scheibe einzuschlagen, weil dadurch die eingeschlagene Scheibe nicht mehr den Griff öffnen kann. Zudem bietet der abschließbare Fenstergriff auch noch den Vorteil, dass Kinder das Fenster nicht öffnen können, wenn der Schlüssel abgezogen ist. Auch da ist, denke ich mal, das Thema Sicherheit wieder gegeben. Ja, ich zeige euch jetzt im nachfolgenden Video, wie man so einen Fenstergriff austauschen kann. Zuerst müssen wir den alten Fenstergriff abbauen. Dazu haben wir hier eine Blende, die ziehen wir etwas zu uns ran und können das Ganze dann so ein bisschen wegdrehen. Und jetzt sehen wir hier eine Schraube und hier unten ist auch eine Schraube. Damit wir an beide Schrauben kommen, müssen wir das Fenster einmal so öffnen und können nun hier mit einem ganz normalen Kreuzschraubendreher die Schrauben lösen. Die untere Schraube drehen wir auch noch aus. Nun können wir den Fenstergriff schon ganz normal abziehen. Den neuen Fenstergriff müssen wir jetzt etwas vorbereiten. Meist liegen die so verpackt in der Packung. Ihr werdet das jetzt auch so nicht angebaut kriegen. Also erstmal den Griff öffnen, dann auch hier zur Seite wegdrehen. Auch hier wieder die Manschette wegdrehen, damit er an den Schrauben kommt. Und dann setzen wir das Ganze gleich an. Vorab möchte ich noch anmerken, dass ihr ein bisschen darauf achten solltet. Es gibt verschiedene Bohrungen. Wenn ihr euch also einen neuen Fenstergriff kauft, messt es vielleicht vorher mal am alten Fenster aus, weil hier unterschiedliche Abstände vorhanden sind. Nicht, dass das nachher bei euch mit den Verschraubungen nicht passt. Von daher achtet bitte vorher darauf. Wir setzen das Ganze einfach einmal an und schrauben es dann wieder fest. Dann geben wir die Manschette wieder rein. Dann können wir das Fenster wieder schließen, öffnen oder auch ankippen und abstecken. Abschließen lässt sie sich auch. Und wenn wir jetzt den Schlüssel abziehen, ist das Fenster gesichert. Es kommt keiner mehr rein oder raus. Ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.